Aber vorn waren die Zäune pink, jetzt sind die Dächer lila. Vor uns! Oh, oh! Was? Der Jäger ist da, alter! Ist da schon unter irgendein so ein pinker Scheiß bei mir? Da ist doch schon unter irgendein Farbfehler. Ich kotze gleich. Ah, jetzt ist es. Die Dächer sind jetzt irgendwie... Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Soll ich den Hinweis nehmen? Der pinkelt grad hier. Manu? Ja, ich schau doch draußen. Ich nehme, ha? Mhm. Wenn jemand das nicht, schauen wir doch ins Gebäude rein, oder? C&A Holzverarbeitung. Ja, hier gleich ins Gebäude. Da schlag ich zu. Aber pass auf, jetzt machen wir ja Lärm hier. Und nicht, dass die anderen uns abfangen. Die ist nicht da. Ah, jetzt haben wir ja die kleine Karte, ne? Jetzt ist alles komponiert scheiße. Sag mal, wo ist der Ausgang? Dort oder dort? Jetzt ist es natürlich kacke, weil die können da hinrennen und da hinrennen. Ich glaube C&A Holzverarbeitung werden, wo sie sich rumtreiben, oder? Ja. Die steht doch offen. Ich glaube, ich wusste es nicht. Da hast du in die Markengegend getroschen. Auch nix mit den Kindern hier. Jetzt haben wir unten. Ach so. Weitere aus der Tür. Zum Aufleihung. Ah, ne. Hier ist doch einer, oder? Das siehst du dem Typen schon an, diese Hinterhältigkeit. Ja. Links sind Zombies. Aha. Also C&A. Ja, C&A. Ja, du schrägst doch wieder auf. Oh, ich habe ja noch mehr aufgeschreckt. Raben sogar. Da vorne treibt so ein Feuertyp sein Unwesen. Da vorne treibt so ein Feuertyp sein Unwesen. Oh, landen die. Ding ist doch. Oh, diese Farbfälschungen da immer. Oh Raben. Oh, das geht mir auf den Keks. Na ja. Gut, solange wir gewinnen, ist mir die Farbe scheiße egal. Na ja. Ob du so etwas Angst findest, wenn du Farbpixel hast? Dass wir die Funken nicht kriegen, weil wir vorher mal so gehabt. Stimmt. Da vorne waren die Zäune pink. Jetzt sind die Dächer lila. Oh. Da war was. Die haben die Spinne, oder? Hört sich so. Ja. Die haben die Spinne. Die klapper da drin rum. Willst du rein? Machen die die Spinne, oder darf die bloß rum? Tja, das ist eine gute Frage. Weil sie kreischt die ganze Zeit. Ja. Wie soll das sagen? Machen die die, oder? Weil ich höre auch keine Schläge. Attack kommen sie da hinten. Was ist das denn los? Ne, ich hab's gehört, dass sie irgendwie geschlagen haben. Was machen wir? Wir warten, ne? Oder wir gehen auf... Holzkopf. Mal auskommen. Okay. Oh, da kommt einer. Irgendwas habe ich reingehört. Irgendwas habe ich reingehört. Also. Holzkopf. Ich hab mir eine verpasst. Ja. Wollen wir ihn holen? Ja. Ja. Oh, ein Andraten umgenütert. Scheiße. Ich hab kurz gesehen, wie die Koppen runden. Vor uns. Da ist noch reingehört, glaube ich. Moment. Aber wieso schnell war der Weg, Junge? Wir haben Fächer und denk dran. Ja. Und noch die hinten mit zwei, noch. Kommst du mit rein? Ja, bin schön. Links von dir. Okay, ich hab ihn. Scheiße. Sein Kumpel, Alter. Mist. Hast du ihn? Pass auf, bleib cool. Hebe mich auf, schnell. Da kommt er. Pass auf. Nein. Ich wollte nur in Deckung gehen. Ach, shit. Ist das ein Rotz. Ein Jäger. Ein Jäger. Echt? Bei mir ist noch gar nichts. Missionsauswertung, Vertragsstatus nicht erfüllt. Nichts erhalten. Und nicht mal einen Kill haben wir gemacht, Alter. Die wollen mich da verarschen. Aber der Jäger müsste doch sein. Nee, glaube ich nicht. Oh, oh. Was? Der Jäger ist da, Alter. Geil. Der Jäger ist noch da. Geil, scheiß auf die Punkte. Direkt habe ich mich im wirklichen Nachhinein von видео. Wooo! indonaue cow und ich freue mich und meine truppe sie. Alles sync?